Dadurch, dass ich gelernt habe, dass der Hass gegen mich nicht nur mich betrifft, sondern er uns eben alle etwas angeht, weiß ich, dass ein Rückzug einfach keine Option ist, weil es so wichtig ist, weil unser Lautsein immanent ist für die Demokratie und für den Zusammenhalt und dafür, dass wir weiter so leben können, wie wir es tun.